blog nummer 98 ja ihr seht schon die perspektive dankeschön ja mir geht es heute nicht so geil allergie schlägt wieder zu so übertrieben dadurch habe ich nicht geschafft das video fertig zu schneiden weil es wird schon cooles video was morgen kommt was eigentlich heute kommen sollte aber ja verzeiht mir kennt ihr das mit der allergie gegen was bin ich alles allergisch schlimm 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 aber ja gibt mir meine kamera zurück ja was gibt es neues heute ist schon der 97 98 blog morgen kommt der 99 blog und mittwoch ist dann 100 blog da kommt was ganz besonderes ja ja ok freut ich auf jeden fall auf den hundertsten blog hoffe ich ja und wir sehen uns dann morgen zum echt coolen video es geht um dieses t-shirt und eine analyse warum ihr kein kpop merch kaufen solltet also jetzt noch fürs thumbnail ok bye bye bis morgen